Kapitel 4 Die Relativitätstheorie 1905 ist ein wichtiges Jahr im Leben Einsteins. Für die Physik und für die ganze Menschheit. 1905 veröffentlicht Albert Einstein vier Artikel über die spezielle Relativitätstheorie. Die Themen sind die Natur und die Geschwindigkeit des Lichts, aber auch die Theorien Isaac Newtons über Zeit und Raum. 1905 Die Relativitätstheorie ist nicht nur neu, sie revolutioniert die Physik. Sie ist einfach genial. Doch nach der Veröffentlichung seiner Artikel bleibt in Einsteins Leben alles, wie es war. Wollen meine Physikerkollegen von meiner Theorie denn gar nichts wissen? fragt sich Einstein. Muss ich also das ganze Leben am Schweizer Patentamt arbeiten? Freunde raten ihm, sich noch einmal an der Universität Zürich zu bewerben und seine vier Artikel zu schicken. Das tut Albert auch. Der Professor für Theoretische Physik der Universität liest die Artikel, aber gibt Albert die Stelle nicht. Was dieser Einstein schreibt, versteht doch kein Mensch, meint der Professor. Drei Jahre später gibt es endlich etwas Neues. Albert ist 29. Die Relativitätstheorie wird langsam bekannt. Viele Physiker sind noch skeptisch, aber die Besten wissen schon, wir sind auf dem Weg zu einer neuen Physik. Einstein, dieser unbekannte junge Mann aus der Schweiz, hat uns den Weg gezeigt. Max Planck, der bekannteste Physiker der Zeit, ist sich sicher, dass Einstein mit seiner neuen Theorie recht hat. 1909. Albert Einstein wird Professor in Zürich. Seine Studenten mögen ihren exzentrischen jungen Lehrer. Er ist anders als die anderen Professoren. Seht nur, wie er angezogen ist. Seine Hosen sind zu kurz, seine Jackeuhr alt und Strümpfe trägt er gar nicht. Morgens beim Anziehen hat er wohl anderes im Kopf als seine Kleidung. Das ist richtig. Er denkt an vieles. An sein Aussehen denkt er nicht. Im selben Jahr noch fährt Einstein zum Physiker-Kongress in Salzburg. Und lernt viele wichtige Physiker kennen. Die Wissenschaftler wissen jetzt, wer Einstein ist. Eines Tages bekommt er einen Brief. Er zeigt ihn seiner Frau. Man bietet ihm eine Professur in Prag an. Ist die Stelle gut bezahlt? Fragt Mileva. Sie muss ans Geld denken. Einsteins haben immer finanzielle Probleme. Sie haben jetzt zwei Kinder. Ja, sehr gut. Dann nimm die Stelle an. Na gut, sagt er. Große Lust habe ich nicht nach Prag. Aber wir haben das Geld nötig. Das Leben in Prag behagt Albert nicht besonders. Die Stadt gehört zu Österreich. Hier leben Deutsche und Tschechen, Christen und Juden. Zwischen diesen Gruppen gibt es immer wieder Reibereien. Die Deutschen mögen die Tschechen nicht. Die Tschechen wollen mit den Deutschen nichts zu tun haben. Und alle hassen die Juden. Das ist alles nichts für mich, denkt Albert. In Prag lernt Albert Franz Kafka kennen. Den Mann, der die Verwandlung geschrieben hat. Auch Kafka ist deutschsprachiger Jude, so wie Einstein. Kafka will den Physiker für seine zionistische Gruppe interessieren. Einstein ist nicht begeistert. Er denkt über das Licht und die Zeit nach. Er fühlt sich im Universum zu Hause. Nur ein Jahr lang bleibt die Familie in Prag. Im Jahre 1912 wohnen Albert und Mileva mit ihren Kindern wieder in Zürich. Jetzt hat man großen Respekt vor ihm. Max Planck hat gesagt. Albert Einstein ist der Kopernikus des 20. Jahrhunderts. Die große Physikerin Marie Curie hat Albert aus Paris einen Brief geschickt. Ich bewundere ihre Theorien, hat sie geschrieben. 1913. Einsteins Leben in Zürich. Sie führen ein ruhiges, bequemes Leben ohne finanzielle Sorgen. Albert lehrt an der Universität. Er schreibt. Er denkt nach. Aber dann geschieht etwas. Eines Tages bekommt Albert Besuch. Die zwei Männer an seiner Tür kommen aus Berlin. Es sind Walter Ernst und Max Planck. Lieber Herr Einstein, wir wollen Sie bei uns in Berlin haben. Am Kaiser-Wilhelm-Institut haben wir die richtige Stelle für Sie. Als Direktor. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik ist eines der besten Institute, vielleicht das beste Institut der Welt. Doch Albert antwortet nicht sofort. Kaiser Wilhelm? Zurück nach Deutschland? Denkt er. Deutschland ist ein durch und durch militarisiertes Land. Darum bin ich doch Schweizer geworden. Max Planck hat noch ein Argument in Reserve. Einstein, in Berlin brauchen Sie keine Vorlesungen zu halten. Wir wollen Sie als Wissenschaftler, nicht als Lehrer. Endlich genug Zeit zur Forschung, zum Lesen, Schreiben, zum Nachdenken? Albert nimmt die Stelle an. Lesen Was ist richtig, was ist falsch? Что правильно, что неправильно? 1905 veröffentlicht Albert die Relativitätstheorie. Albert publikует Theorie относительности в 1905 году. Die Relativitätstheorie ist revolutionär. Die Relativitätstheorie ist revolutionär. Die Relativitätstheorie ist revolutionär. Die Relativitätstheorie ist revolutionär. Viele Physiker interessieren sich sofort für seine Theorien. Viele Physiker interessieren sich sofort für seine Theorien. Viele Physiker сразу же заинтересовались его Theorien. Albert bewirbt sich noch einmal bei der Universität Zürich, aber er bekommt die Stelle nicht. Albert wird endlich Professor an der Universität Zürich. Seine Studenten mögen ihn nicht. Studenten он nicht понравился. Die Relativitätstheorie wird immer bekannter. Albert bekommt eine Stelle an der Prager Universität. Albert mag das Leben in Prag sehr. Albert fährt in die Schweiz zurück. Albert возвращается в Швейцарию. Warum ist Albert Einstein anders als die anderen Professoren? Ergänze. Er trägt zu kurze Hosen. Seine Jacke ist Deng und er trägt keine Strümpfe. Er hat keine Zeit für diese Dinge Kleidung. Er носит слишком короткие Brücke. Его Pidjak tessin. Und er nicht носit Noski. Er hat keine Zeit für diese Dinge. Er hat keine Zeit für diese Dinge Kleidung. In diesem Kapitel treten einige wichtige Leute der Zeit auf. Was sind sie von Beruf? In dieser Bibel рассказывается о некоторых важных людях того времени, чем они зарабатывают на жизнь. Max Planck, Physiker. Max Planck, Physiker. Maria Kurier, Chemikerin. Maria Kürri, Chemik. Franz Kafka, Schriftsteller Franz Kafka, Pesatel Albert und die Städte Warum mag Albert das Leben in Prag nicht? Warum will er nicht nach Berlin? Albert i Goroda Почему Albertu nicht mag die Leben in Prag? Warum will er nicht in Prag gehen? Er mag das Leben in Prag nicht, weil es zwischen den verschiedenen etnischen Gruppen immer wieder konflikte gibt. Er will nicht nach Berlin, weil es die Hauptstadt eines militarisierten Staates ist. Ему не нравится жизнь в Pragе, потому что там постоянно происходят конфликты между различными этническими группами. Он не хочет ехать в Berlin, потому что это столица милитаризованного государства. Grammatik Ergänze die Verben Bewerben, Lesen, Raten, Schicken, Werden Добавьте Глаголы Albert schickt seine Artikel an die Universität. Albert посылает свои статьи в Universität. Der Professor liest die Artikel und versteht sie nicht. Professor читает статьи и не понимает их. Albert bewirbt sich bei vielen Universitäten. Albert подает документы во многие Universitäten. Seine Theorien werden langsam bekannt. Его Theorie постепенно становится известными. Man rät ihm die Artikel zu schicken. Ему советуют отправлять статьи. Wähle die richtige Alternative. Das ist ein wichtiges Jahr für Albert. Das ist ein wichtiges Jahr für Albert. Das ist ein wichtiges Jahr für Albert. In diesem Jahr veröffentlicht er vier Artikel. Nach der Veröffentlichung der Artikel ändert sich nichts in seinem Leben. После pубликации статей в его жизни ничего не меняется. Er arbeitet am Patentamt und er studiert viel. Er hat jetzt ein anderes Kind. Теперь у него есть еще один ребенок. Langsam wird Albert aber bekannt. Однако постепенно Albert становится знаменитым. Er bekommt eine Stelle in Prag, aber diese Stadt mag er nicht. Nur ein Jahr bleibt die Familie in Prag. Sämia остается в Pragе всего на один год. 1912 wohnt Albert mit seiner Familie zusammen wieder in Zürich. W 1912 году Albert с семьей переезжает обратно в Zürich. Jetzt hat man großen Respekt vor ihm. Теперь люди относятся к нему с большим уважением. Wortschatz. Schreibe das richtige Wort unter das Bild. Напишите правильное слово под картинкой. Hose, Rock, Bluse, Jacke, Hemd, Pullover, Mütze, Hut, Kleid, Anzug, Schuhe. Brücke, Jубка, Bluska, Kurtka, Rubашka, Jemper, Kiepka, Schlappa, Plатье, Kostüm, Obuvь. Was tragen Peter und Johanna? Beschreibe sie. Was trägt Peter und Johanna? Opisch bitte sie. Peter trägt eine blaue Jeans, einen blauen Pullover, ein weißes D-Shirt, schwarz-weiße Turnschuhe. Peter trägt eine weiße Mütze, eine blaue Hose, einen roten Anorak, gelbe Stiefel. Na Johanne белая шапочка, sinie Brücke, красные Anorak und желtee Bottinke. Was ist das Gegenteil von? Was ist das Gegenteil von? Was ist das Gegenteil von? Teoretisch, realistisch, praktisch, interessant. Teoretisch, realistisch, praktisch, interessant. Relativ, absolut, realistisch, wahr. Относительный, абсолютный, реалистичный, истинный. Exzentрisch, эгоzentрisch, normal, relativ. Exzentрisch, эгоzentрisch, нормальный, относительный. Hören. Teil 1 Hallo, Veronika. Wie geht's? Gut. Dich habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Wo warst du denn? Ich war in Italien. In Italien? Wie lange denn? Ein ganzes Jahr. Was hast du da gemacht? Ich habe an der Universität studiert. In Italien? Wo? In welcher Stadt meine ich? In Rom. Ah, Rom. Ist es so schön, wie man immer hört? Oh ja, es ist super. Es ist voll von Kirchen und schönen Sachen. Und die Leute? Wie sind sie? Ich habe sie sehr nett gefunden. Möchtest du da wohnen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Höre den Dialog der beiden Freundinnen. Was ist richtig? Was ist falsch? Послушайте Dialog между двумя друзьями. Что правильно, что неправильно. Foneka war in Italien. Veronika была в Italии. Sie hat in Italien gearbeitet. Она работала в Italii. Sie war in Rom. Она была в Rime. Rom ist fantastisch, aber die Leute mag sie nicht. Rime fantastisch, но люди ей не нравятся. Sie möchte absolut nach Rom zurück. Она очень хочет вернуться в Рим. Genies Zwei Arten von Genies Два типа Geniev Dem Zürcher Professor ist das alles zu kompliziert, aber Max Planck versteht Einsteins Theorie sofort. Denn auch Planck ist mehr als nur intelligent. Er ist einer der größten Physiker der Welt. Для Zürcher Professor все это слишком сложно. Но Max Planck сразу же понимает Theorie Einstein. Ведь Planck не просто умный. Он один из величайших Physikov мира. Planck ist genial. Keine Frage. Aber er ist ganz anders als Einstein. Er ist immer korrekt gekleidet. Er kommt immer pünktlich zu seinen Vorlesungen. Sogar als sein Sohn im Krieg fällt. Er mag Disziplin und Ordnung. Er ist Das sagt er selbst. Ein Preusser. Nicht alle Genies sind unkonventionell Menschen. In der Physik nicht. Aber auch in der Kunst nicht. Planck Ein Gegensatz paar Das berühmteste Gegensatz paar bilden sich ja Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach. Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach Bezусловne самое известное пара противоположностей. Mozart reist und lacht und feiert viel. Bach hat eine große Familie und arbeitet Tag für Tag in seiner Leipziger Kirche. Er spielt Orgel und er komponiert. Den Unterschied im Lebensstil und in der Weitsicht hört man an der Musik dieser beiden großen, größten Komponisten. Zwei gegensätzlichere Welten kann man sich kaum denken. Mozzart много путешествовал, смеялся и веселился. Abbach имел большую семью и изо дня в день работал в своей церкви в Лейпциге. Он играл на органе и сочинял. Разница в образе жизни и прозорливости слышна в музыке этих двух великих, величайших композиторов. Трудно представить себе два более контрастных мира.